Herzlich willkommen im Schuhhaus Löbbert, Ihrem Ansprechpartner für Orthopädie-Schuhtechnik in Bonn-Kessenich. Wir sind ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Unsere Früße tragen uns im Laufe unseres Lebens durchschnittlich 180.000 Kilometer. Sie sind die Basis unseres Bewegungsapparates und halten uns im Gleichgewicht. Daher ist es besonders wichtig, unseren Füßen genügend Beachtung zu schenken. In unserem Meisterbetrieb stellen wir neben Maßschuhen und orthopädischen Schuhzurichtungen auch orthopädische Einlagen her. Mit unseren technisch zeitgemäßen Diagnosegeräten wie dem Fußscanner und dem Innendruckmesssystem sind wir in der Lage für jeden Kunden, das passende Hilfsmittel individuell zu bestimmen. In unserem separaten Anmessraum scannen wir Ihre Füße, analysieren Ihr Scannergebnis und bieten Ihnen passende Produkte an. Ob Kunststoff, Weichbettungs- oder Sporteinlagen. Aber auch die moderne Schuhreparatur gehört zu unseren täglichen Aufgaben. Wir sind spezialisiert für die Schuhversorgung bei Diabetes und Rheuma. In unseren Verkaufsräumen haben wir für Sie neben einer großen Auswahl an modernen Konfektionsschuhen und Bequemschuhen im Damen- und Herrenbereich auch eine kleine Auswahl an Taschen- und Geldbörsen. Unser freundliches und kompetentes Team berät Sie gerne. Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.